Und so möchte ich zunächst Herrn Fichtner einleiten und starte mit einem Werbeblock, Herr Fichtner. Sie werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen rot, wenn ich das sage. Was er uns erzählen wird, kann man in den 30, 35 Minuten, die er hat, gar nicht ausfüllen. Und es gibt wunderbare YouTubes von ihm. Sie müssen nur googeln, Fichtner, Batterie. Dann werden Sie YouTubes finden, die über eine Stunde gehen oder manchmal auch länger. Und man kann gebannt zuhören und viele Details versammeln, die er uns natürlich in der kurzen Zeit, die er heute hat, nicht mitteilen kann. Jetzt wird er wahrscheinlich wirklich rot, wenn ich sage, er ist so etwas wie der deutsche Batteriepapst. Aber das ist natürlich nicht die Einleitung, Herr Fichtner. Ich werde ja nichts über Batterien sagen, sondern ich würde gerne eine kleine Geschichte für Ihre Einführung erzählen, die wieder mit der Energiewende zu tun hat. Und wir wissen natürlich alle, dass die Frage der Entwicklung von Batterien ein wesentlicher Bestandteil im Zusammenhang mit der Energiewende sein wird. Und dazu eine kleine Geschichte. Es gibt so etwas wie die Enzo, das ist die europäische Gesellschaft der Netzbetreiber. Also alle, die irgendwie Strom herstellen und verteilen in Europa, sind in einer Vereinigung. Und die sammeln über Gesamteuropa die Netzdaten im Rhythmus von 10, 15 Minuten. Das heißt, sie haben eine genaue Aufzeichnung dessen, was in den Stromnetzen in Gesamteuropa passiert. Und nun machen wir ein Gedankenexperiment. Das Gedankenexperiment ist, dass wir in Deutschland Windkraft und PV so weit ausgebaut hätten, dass wir den Energiebedarf, unseren jährlichen Energiebedarf, satt hätten. Also keine Lücken mehr. Der gesamte Energiebedarf, sogar deutlich mehr, würde uns durch Wind und Solar zur Verfügung stehen. Das ist ja das Narrativ, das wir immer wieder hören, dass das irgendwann mal vielleicht erreicht wird und dass dann alles gut ist. Das ist der Anfang des Gedankenexperiments. Ist dann wirklich alles gut? Nein, dann kommen nämlich die wirklichen Probleme ans Tageslicht, die mit dem Unterschied zwischen Energie und Leistung zu tun haben. Wir reden immer über Energie, jedenfalls in den Medien und der Politik. Wir reden aber ganz wenig über Leistung. Was heißt das? Damit unsere Energieversorgung wirklich stabil ist, muss in jeder Sekunde, in jeder Minute, in jeder Stunde ein Minimum von 50 Gigawatt durch unsere Kraftwerke bereitgestellt werden. Ein Minimum. Manchmal brauchen wir mehr und dann kommen schnelle Gasturbinenkraftwerke in Betrieb, die innerhalb von Sekunden, Minuten hochgefahren werden können. Das geht nur mit Gasturbine, nicht mit Gaskraftwerk. Das ist ein großer Unterschied. Also 50 Gigawatt ist heute das Minimum, das wir jede Sekunde anbieten müssen, damit der Energiebedarf gedeckt wird und das Netz stabil bleibt und es keinen Blackout gibt. In dieser Welt, wo wir satt ausgestattet sind, mit Wind und Solar, sogar übersatt, hätten wir dennoch ein Problem. Und das fußt auf einer Analyse, die ich aus den Daten von Enzo gewonnen habe, wo man nämlich sehen kann, was das Minimum, das jederzeit in ganz Europa durch Wind und Solar angeboten wird, ist. Wie groß ist das? Was würden Sie schätzen? Was können Wind und Solar jederzeit, jede Sekunde an Leistung anbieten? Das kann man in diesen Daten finden. Es sind weniger als fünf Prozent. Dabei muss man wissen, Solar können wir vollkommen herausnehmen, weil nachts scheint keine Sonne. Das heißt, da bieten die gar nichts an. Es kommt also nur auf Wind an und der gesamte europäische Windpark, wo wir so tun, als hätten wir alles schon zusammengeschaltet, bietet nicht mehr als fünf Prozent garantiert jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag. Wenn Sie sagen, das kann doch nicht sein. Manchmal haben wir doch so wahnsinnig viel. Ja, richtig. Aber sehr oft und viel öfter als man denkt, sind wir sogar deutlich geringer und das Minimum liegt bei fünf Prozent. Was heißt das? Das heißt, wenn wir von 50 Gigawatt notwendiger gesicherter Leistung in Deutschland derzeit ausgehen würden, müssten wir 48, 49, 47 Gigawatt an Leistung auf andere Art und Weise ständig bereit halten, um die Lücke, die ja immer wieder entstehen kann, abzufedern. Das geht nur durch Gaskraftwerke. Das geht nur durch Gaskraftwerke nach dem deutschen Weg. Man könnte natürlich auch Kohle denken, aber Kohle wollen wir nicht mehr. Man könnte auch KKWs denken, aber die wollen wir auch nicht mehr. Das geht dann nur durch Gaskraftwerke. Oder wir haben so viel überflüssiges Wasserstoff, dass wir Gas durch Wasserstoff, was auch ein Gas ist, ersetzen können. Oder Herr Fichtner kommt um die Ecke und sagt, wir kommen so weit, dass wir wenigstens einen Teil davon durch Speichertechnik, zu denen auch Batterien gehören, leisten können. Das ist der Bogen zu Herrn Fichtner. Und jetzt sind wir gespannt, ob es Hoffnung gibt, ob der deutsche Weg der Energiewende vielleicht doch noch durch die Hintertür gerettet werden kann durch eine Revolution in der Batterietechnik. Lieber Herr Fichtner, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Da haben Sie mir eine schwere Bürde auferlegt. Ich möchte jetzt nicht unsere ehemalige Bundeskanzlerin zitieren, aber ich glaube, wir werden das in einem gewissen Sinne hinbekommen. Wir werden lernen, dass die Batterien immer besser und billiger werden. Wir werden die ersten Großbatterien sehen, die bereits ganze Städte versorgen, Gaskraftwerke ersetzen. Batterien sind insbesondere geeignet für Primär- und Sekundärregelungen, also ich sage mal bis 15 Minuten, die Pufferungen. Damit ersetzen Sie eigentlich Gaskraftwerke, Gasturbinen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze darstellt zurzeit. Also bei der Entwicklung von Batterien ist ein Megatrend zu beobachten im Augenblick. Und das liegt einfach daran, dass immer mehr Speicherkapazität gebraucht wird, insbesondere im Automobilbereich, aber auch im stationären Bereich. Und das geht natürlich auch nur, wenn Sie das Ganze auf einer Materialbasis machen, die verträglich ist. Das heißt also, bei der wir viele Materialien oder große Mengen an Materialien kostengünstig verfügbar haben und das Ganze auch gut recycelt werden kann. Im Wesentlichen geht es um die Aufgabe hier. Also wir müssen den zunehmenden Anteil an erneuerbarer Energie zwischenpuffern. Und wir müssen den praktisch über die Zeit verteilen, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Da gibt es diese drei Anwendungsbereiche. Heimspeicher, das ist ein riesiger Markt im Augenblick mit 40 Prozent Wachstum pro Jahr, weil man eben sich den eigenen Strom deutlich billiger generieren kann, als wenn man den jetzt über Gaskraftwerke bezieht. Portablen Bereich, den kennen wir alle. Mobilbereich ist natürlich das, was im Augenblick vor allem in der Diskussion ist. Also die Elektrofahrzeuge und aus Gründen der Zeit auch müssen wir uns hier ein bisschen fokussieren. Ich werde mich vor allem auf den mobilen Bereich jetzt hier beschränken, werde aber auch auf den stationären ein bisschen eingehen. Im Wesentlichen gibt es da ähnliche Grundprinzipien. Und wenn wir uns mit dem mobilen Bereich beschäftigen, ist also die Frage, was für einen Antrieb wählen wir denn überhaupt? Wir haben ja das berühmte Wort, was einige Parteien auch sehr offen vor sich her tragen, mit der Technologieoffenheit. Also die Frage, wenn wir ein Rad erfinden wollen, soll das dreieckig sein, ist es viereckig oder rund? Das ist die Technologieoffenheitsfrage und wir müssen uns entscheiden. Das heißt, wir müssen entscheiden anhand bestimmter Kriterien. Zum Beispiel, welcher Beitrag kann denn diese neue Technologie leisten, um die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus zu mindern? Wie effizient ist der Antrieb? Wir haben ja einen riesigen Aufwand, um erneuerbare Energien einzusammeln und zu generieren. Wie geht dieser Antrieb damit um? Verschleudert er das Ganze oder benutzt er die größte Menge und setzt die um in Vortrieb? Wie ist die Rohstoffsituation? Ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere, mehr nutzerbezogene Eigenschaften. Also wie sind es zum Beispiel die Kosten, Anschaffungskosten von einem Fahrzeug mit dem Antrieb oder auch die Unterhaltskosten oder Total Cost of Ownership. Und dann gibt es noch andere Aspekte wie Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Ich werde jetzt mal anfangen mit einigen Aspekten, wie zum Beispiel Treibhausgasminderung und der Effizienz. Und wenn wir uns über Treibhausgasminderung unterhalten, da gibt es die sogenannten Lebenszyklusanalysen. Das machen also Energiesystemfachleute, die schauen sich an, was ist das für eine Technologie, was werden da für Materialien gebraucht. Und die analysieren praktisch von der Rohstoffgewinnung bis zur Endverwertung oder zum Recycling, was da an Prozessen überhaupt eingesetzt wird und mit welchen Treibhausgasemissionen die verbunden sind. Da sehen Sie jetzt hier so eine Reihe von Balken. Da sind alle verbunden mit einem bestimmten Antrieb. Hier links, da sehen Sie so die höheren Balken, das sind die Antriebe mit Verbrennungsmotor. Da haben Sie immer so einen Grundbereich, der ist grau, das sind die Treibhausgasemissionen, die mit der Herstellung des eigentlichen Fahrzeugs verbunden sind. Und der Bereich darüber, das Schwarze, ist praktisch der eigentliche Motor, was der erzeugt. Und das Grüne hier oben, das sind die Treibhausgase, die entstehen durch den Brennstoff. Da ist natürlich klar, wenn Sie so ein Dieselfahrzeug haben und das fährt lange genug, mit jedem Kilometer, den Sie fahren, vergrößern Sie den Balken hier. Dann haben Sie hier rechts so ein paar niedrigere Balken, das sind die elektrischen Antriebe. Hier gibt es auch wieder zwei, also hier wieder das Grundgerüst des Fahrzeugs. Dann hier in gelb, das sind die Treibhausgas- oder Gestehungskosten der Batterie. Rechts ist das sogenannte Brennstoffzellenfahrzeug, also ein Wasserstofffahrzeug. Das sind die Gestehungskosten der Brennstoffzelle und insbesondere der Carbon-Tanks. Die sind sehr CO2-intensiv, deshalb liegen die in einer ähnlichen Größenordnung wie die der Batterie. Und dann haben Sie hier bei der Batterie zwei unterschiedlich hohe Balken. Der rechts hier, äh der links, ist praktisch der Treibhausgas-Ausstoß, wie wir es im Augenblick haben. Und rechts wäre also die Perspektive für ein Batteriefahrzeug, was ausschließlich mit erneuerbarem Strom funktioniert. Das heißt, und das wird ja auch immer mal wieder so mit diesen Fake News versehen, bereits heute ist der Treibhausgas-Ausstoß über den gesamten Lebenszyklus eines Batteriefahrzeugs deutlich geringer als der von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Und Sie müssen diesen berühmten Rucksack hier abarbeiten, der bei der Entstehung von der Batterie entsteht. Und heutzutage müssen Sie vielleicht 20.000, 25.000 Kilometer fahren. Die neuen Teslas, die in Texas gebaut werden, die haben einen Rucksack, den Sie abfahren müssen, von 8.500 Kilometern. Dann haben wir hier rechts die Wasserstoffantriebe und die unterscheiden sich stark, die zwei Balken. Das liegt daran, dass wir heutzutage nicht mit grünem Wasserstoff fahren. Der Wasserstoff heute wird hergestellt durch Dampfreformierung von Erdgas. Dabei entsteht, also lässt man Erdgas, das ist Methan, CH4, mit Wasser reagieren, gibt CO2 plus Wasserstoff. Das CO2 lassen wir in die Luft, den Wasserstoff, den nehmen wir ins Fahrzeug und freuen uns, weil er so umweltfreundlich ist. Tatsächlich hat ein Brennstoffzellenfahrzeug heute etwa einen Fußabdruck irgendwo zwischen einem Diesel- und einem Plug-in-Hybrid. Manche bezeichnen das auch als Klimakiller. Aber es hat die Perspektive, das sehen Sie rechts, mit grünem Wasserstoff in den Bereich zu kommen, wie auch die Batteriefahrzeuge. Ein bisschen höher, das sehen wir aber gleich, das liegt daran, dass die Gestehung oder die Herstellung des Wasserstoffs sehr energieaufwendig ist und dadurch entstehen auch mehr CO2-Emissionen in der Herstellung. Okay, da sehen wir also schon mal jetzt die Unterschiede, die Perspektiven. Wenn wir dann uns anschauen, wie gehen die verschiedenen Antriebe damit um, da haben wir jetzt, ich habe jetzt mal die elektrischen Antriebe hier einfach genommen, das sehen wir also beim einfachsten Prinzip, das ist also der batterieelektrische Antrieb, da haben wir oben Sonne oder Wind, wir speichern das Ganze in der Batterie und da kommt letzten Endes von der gesammelten Energie etwa 70% aufs Rad. Da gibt es Verluste beim Laden, beim Entladen, in der Elektronik hier oder in der Steuerung, insgesamt kommen 70% an. Beim Wasserstofffahrzeug ist es anders, da haben wir nicht diese große Speicherbatterie in der Mitte, sondern wir erzeugen den elektrischen Strom an Bord des Fahrzeugs und dazu gibt es die sogenannte Brennstoffzelle und die Brennstoffzelle muss mit einem Brennstoff gefüttert werden, das ist in dem Falle Wasserstoff. Das heißt, wir haben drei 700 Bar Wasserstofftanks an Bord und erzeugen mit dem Wasserstoff aus diesen Tanks und dem Luftsauerstoff in dieser Brennstoffzelle elektrischen Strom und Wasserdampf. Das Problem ist ein bisschen, der Wasserstoff wächst nicht auf Bäumen, sondern müssen sie erstmal herstellen. Wenn es grüner Wasserstoff sein soll, machen sie das über Elektrolyse mit grünem Strom, dann müssen sie ihn speichern, sie müssen ihn komprimieren, sie müssen ihn verteilen, wieder an der Tankstelle auf 1050 Bar hoch komprimieren, minus 40 Grad abkühlen, in 700 Bar Tanks verpressen und dann in der Brennstoffzelle, die einen Wirkungsgrad von 50% hat, nochmal in Strom umzuwandeln. Da bleibt ihnen von der Gesamtkette unten am Rad noch 18 bis 20% übrig. Das heißt, man kann das machen, das ist eine Technik, die ist relativ ausgereift, die Dinge halten nicht ganz so lange, aber ich muss sagen, sie sind relativ ausgereift, gelten auch als sicher, zumindest in der Statistik kleiner Zahlen und können wir uns gerne darüber unterhalten, was bei großen Zahlen passieren würde. Und das Problem ist ein bisschen, die gesamte Kette ist etwa um Faktor 3 zu teuer. Und das ist ein Grundproblem. Also wenn Sie jetzt heute ein Fahrzeug kaufen von Hyundai, Hyundai Nexo, kostet der im Laden 80.000 Euro, Hyundai kostet der in der Produktion 110.000 Euro. Das ist einer der Gründe, weshalb Hyundai jetzt aussteigt, als vorletzte Firma. Es gibt eigentlich nur noch Toyota, die solche Fahrzeuge herstellen. BMW hat kürzlich angekündigt, in die Wasserstofftechnik einzusteigen. Wenn man genau liest, produzieren sie 100 Fahrzeuge. Aber was ich Ihnen bisher gesagt habe, ist einer der Gründe, weshalb Firmen eher aussteigen als einsteigen. Und ich gehe gerade nochmal ganz kurz zurück. Das hier wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Das heißt, eine Firma, die sich eine Brennstoffzellenflotte hinstellt, zerschießt damit ihre eigenen Flottengrenzwerte für CO2. Und deshalb macht es auch keiner. Okay. Gut. Da gibt es eine andere Rechnung von VDE, die kürzlich erschienen ist. Die haben sich einfach mal gefragt, oder haben einfach mal ausgerechnet, was kann ich denn mit einer Windanlage zum Beispiel ausrichten. Ich habe jetzt irgendwie so ein Windrad mit drei Megawatt, läuft 2000 Stunden pro Jahr. Was kann ich denn damit versorgen? Die haben dann drei Fälle berechnet. Also das Batteriefahrzeug, das Wasserstofffahrzeug und dann Verbrennungsmotoren, die mit den sogenannten E-Fuels laufen. Das sind also Brennstoffe, Flüssigkeiten wie Methanol, aber man kann auch Diesel machen, die aus Kohlendioxid und Wasserstoff hergestellt werden unter Verwendung von viel elektrischem Strom. Was kommt dabei raus? Sie können mit diesem einen Windrad über das Jahr 1600 Pkw betreiben, also batterieelektrische Fahrzeuge, 600 Wasserstoff-Pkw und 250 Pkw mit Verbrennungsmotoren und diesen E-Fuels. Damit haben wir ein relativ klares Bild. Wir können natürlich weiterhin technologieoffen sein und sagen, Wasserstoff wurde jetzt zwar bereits 60 Jahre entwickelt, aber wir glauben daran, dass wir jetzt noch einen Durchbruch jenseits der physikalischen Grenzen erzielen werden. Also ich rede jetzt so ein bisschen so daher, weil ich zwölf Jahre lang an Wasserstoffantrieben geforscht habe. Wir haben etwa 2010 aufgehört, ich habe noch keinen wesentlichen Fortschritt gesehen seitdem. Aber okay. Gut, wie sieht es für den Verbraucher aus? Das sind jetzt so Schnittbilder da unten, das ist ein Tesla Model 3. Da sehen Sie, dass die Batterie so im Unterboden integriert ist. Die Radstände sind sehr groß, das heißt, sie fühlen sich in so einem Fahrzeug auch immer so ein bisschen wie in einer nächsthöheren Fahrzeugklasse. Das ist ein Wasserstofffahrzeug, das ist von Toyota, da sehen Sie hier die zwei 700 Bar-Tanks, da haben Sie noch Pufferbatterien und so weiter, da vorne ist die Brennstoffzelle. Ist ein bisschen anders innen drin, Sie haben praktisch keinen Kofferraum. Und Sie müssen damit alle 10.000 Kilometer in die Werkstatt zu einem durchgängigen Sicherheitscheck, weil Druck, Wasserstoff 700 Bar, ist leider ein sicherheitsrelevantes Thema. Gut, also wenn wir jetzt nochmal zu dieser Grafik zurückkommen, da sehen wir eigentlich, dass wir bei der Treibhausgasminderung ganz klar das Batteriefahrzeug im Augenblick im Vorteil haben. Wasserstoff kann sich annähern, aber nur, muss man ganz klar sagen, wenn grüner Wasserstoff verwendet wird. Bei der Effizienz ist das Batteriefahrzeug ganz klar ein Vorteil, es geht am besten oder am effizientesten mit unserer elektrischen Energie um. Jetzt kommen die anderen Punkte. Also wie zum Beispiel, ja Kosten, können wir auch noch sagen. Also die Kosten, kommen wir gleich dazu, sind am Sinken, die sind bereits schon stark gesunken und Sie kriegen jetzt mittlerweile, also Batteriefahrzeuge, sagen wir mal zwischen 20.000 und 60.000 Euro, mit denen können Sie richtig was anfangen. So, wie hat sich das entwickelt? Ich habe vorhin so ein bisschen despektierliches Thema Technologieoffenheit angesprochen. Man ist ja hier teilweise der Meinung, man kann mit Diskussionen über Technologieoffenheit neue Märkte erschließen. China hat es anders gemacht, die haben für Technologie Sicherheit gesorgt, in dem frühen Stadium, als sich eigentlich abgezeichnet hat, wie die technischen Daten aussehen werden, der verschiedenen Technologien. Das ist die Marktentwicklung, wie sie sich dargestellt hat in den letzten zehn Jahren. Da sehen Sie auch, dass in China hier ein unglaublicher Run stattfindet. Und hier ist also Europa und der Rest in Europa, USA ist jetzt so langsam am Kommen, aber die vergrößern sich jetzt auch hier. In Deutschland sieht es konkret so aus, ich weiß nicht, ob Sie sich an solche Kurven erinnern, haben Sie öfter gesehen in den letzten drei Jahren, das sind sogenannte Exponentialkurven. Das heißt, Sie haben nach einer bestimmten Zeit eine Verdoppelung eines bestimmten Effekts und ab einem bestimmten Punkt macht die Verdoppelung dann wirklich was Sichtbares im Diagramm und dann geht es hier so hoch. Das ist eine ganz normale Kurve bei der Einführung einer neuen Technologie. Das finden Sie, egal ob Sie jetzt Smartphones, die Entwicklung der Einführung von Smartphones betrachten, der Flatpanel Displays, des Farbfernsehens. Hier ist das Beispiel von einem Farbfernseher, das sieht jetzt genauso aus. Dann gibt es noch das sogenannte Swanson's Law, das kommt eigentlich aus dem Photovoltaikbereich, beschreibt so ein bisschen die Lernkurve in der Technologie und wie sich die Preise entwickeln dabei. Und wir sind jetzt bei der Einführung der Elektromobilität etwa in dem Bereich, wenn Sie sich die beiden Kurven vergleichen und was man eben auch sagen muss, ist, wenn man Ökonomen fragt, die Ökonomen sagen, wir haben im Jahr 2021 einen sogenannten Kipppunkt überschritten. Zurzeit ist ja auch viel von Kipppunkten die Rede. Der ökonomische Kipppunkt ist dann überschritten, wenn Sie einen gewissen Prozentsatz der neuen Technologie bei der Markteinführung überschritten haben. Dann hören nämlich die Investoren auf, in die alte Technologie zu investieren, sondern investieren nur noch in die neue. Das heißt, es beschleunigt sich und für die alte Technologie gilt dann das Umgekehrte, die erleidet dann ein sogenanntes Markttrauma. Ja, ich habe die Begriffe nicht erfunden. Ja, und das ist auch tatsächlich der Fall. Also laut VDA, Verband der Deutschen Automobilwirtschaft, ist seit 2018 die Produktion der Verbrenner in Deutschland um 45% gesunken. Und das liegt jetzt nicht an irgendwelchen politischen Parteien, sondern das ist eine Sache, die hat sich die Automobilwelt zum Teil selber zuzuschreiben, aber es liegt auch an allgemeinen Entwicklungen. Ein Teil davon ist tatsächlich auch die Einführung der Elektromobilität. Also wir haben im Augenblick eine Produktionsrate in Deutschland, wie wir sie hatten 1973. So, im Batteriebereich sieht es anders aus. Also die Firmen, das sind ja eigentlich die einzigen, die im Augenblick wirklich positive Zuwächse verzeichnen. Hier ist von Blumenberg mal so eine Kurve, wie man das Ganze erwartet, bis zum Jahre 2030. Das ist natürlich eine Vervielfachung, die da erwartet wird. Und das bedeutet auch, dass wir uns über die Speichertechnik natürlich enorm Gedanken machen müssen. Und das heißt, jetzt kommen wir mal direkt zu den Batterien. Und wir stellen uns mal die Frage, warum sind es denn eigentlich die Lithium-Ionen-Batterien geworden? So, die älteren von uns, und das sind wir meisten, erinnern Sie uns ja auch noch an sowas wie Nickel-Cadmium oder Nickel-Metall-Hydrid-Batterien. Nickel-Metall-Hydrid-Batterien haben wir heute noch in Basierapparaten und sowas, kleine, manche Hybridfahrzeuge verwenden die auch noch. Aber im Wesentlichen ist es die Lithium-Ionen-Batterie geworden. Und das ist eine Kurve, die so ein bisschen erklärt, warum das so sich entwickelt hat. Die Lithium-Ionen-Batterie wurde eingeführt 1991 von der Firma Sony. Die haben sie, glaube ich, in solchen Kamm-Kordern verwendet. Und seitdem hat sich die Energiedichte, also die Menge an Energie, die in so einem Batteriepaket gespeichert ist, vervierfacht und die Kosten sind um Faktor 18 gesunken. Das finden Sie in kaum einer anderen Technologie und im Energiebereich schon gar nicht. Alleine in den letzten zehn Jahren sind die Kosten um 90% gesunken und die Kapazität konnte verdoppelt werden. Alle Kostenziele sind erreicht worden. Und das hat sich auch bei den Anwendungen ausgewirkt. Das ist eine Kostenkurve, die ein amerikanischer Ökonom mal im Jahre 2014 aufgestellt hat für Batteriefahrzeuge mit etwa der Reichweite. Damals haben sie ihn alle für verrückt erklärt und gesagt, das bleibt teuer. Damals gab es eigentlich nur ein Fahrzeug, was das im Wesentlichen erreicht hat. Das war das Tesla Model S. Hat 80.000 Dollar gekostet. Ja, dann gab es das Tesla Model 3, was das Gleiche konnte. Das ist der mittlere Preis für Verbrennungsfahrzeuge. Für 2023 hat Tesla ein Fahrzeug angekündigt für 20.000 Dollar. Und interessanterweise kommen wir dann hier auch in einen Bereich, mit dem man auch kostengünstig große Energiespeicher bauen kann, obwohl die jetzt auch schon gebaut werden. Aber dann würde ich mal sagen, dann werden Dämme brechen. Man kann das ganz anders projektieren. Also REN heißt Renewable Energy Systeme. Nur zu zeigen, dass tatsächlich im Stationärbereich sich einiges tut. Das sind jetzt so die zehn größeren Batteriespeicher, die weltweit zu finden sind. Der größte im Augenblick ist bei Moss Landing, das ist bei Monterey. Das ist ein Batteriespeicher, der genau wie Sie es gesagt haben, in einem alten Gaskraftwerk aufgebaut wird. Man hat da den Vorteil, dass man alle Infrastruktur vorhanden hat und der ersetzt zwei Gaskraftwerke. Das war interessanterweise ein Wunsch oder eine Aktion, die auch aus der Bevölkerung kam. Man wollte diese Gaskraftwerke nicht mehr. Und der hat im Augenblick 1,5 Gigawatt, nee, das ist er projektiert, im Augenblick sind es 1,2 Gigawattstunden installiert. Da soll jetzt auf 6 Gigawattstunden Speicherkapazität hochgebaut werden. Damit können Sie eine Millionenstadt etwa einen Tag lang mit elektrischer Energie versorgen. So, das fällt alles irgendwann mal dem Batterieforscher vor seine Füße und wir müssen irgendwie schauen, dass wir diese ganzen Ziele erreichen. Und bisher war es eigentlich immer so gewesen, dass es hieß, naja, wir müssen bessere Batterien bekommen. Das heißt, Batterien, die mehr Energie enthalten, die schneller beladbar sind, die sicher sind und die sehr langlebig sind. Und das ging also vor allem in die Richtung der Entwicklung besserer Materialien und bestimmter Batteriedesigns. Was aber jetzt mit Macht gekommen ist, eigentlich seit 5 bis 10 Jahren, ist, dass wir die Batterien versuchen, auf eine andere Materialbasis zu stellen. Nachhaltige Batterien, das heißt, häufig vorkommen dann ungiftige Rohstoffe, die gut recycelbar sind und dafür müssen wir die Batterien neu denken. Insofern passt das Thema auch ein bisschen tatsächlich heute hier rein. Das bedeutet, wir müssen einerseits die Lithiumbatterien neu denken und wir müssen auch daran denken, wie wir Batterien vielleicht auch ohne Lithium machen können, die ähnlich leistungsfähig sind. Daran arbeiten wir. So, ich möchte jetzt mal zu Beginn auf eine Sache eingehen. Ich bin ja Chemiker und wir können ja von uns behaupten, dass wir in der Vergangenheit, ich sage mal, die wesentlichen Fortschritte, die wir hier gesehen haben bei der Batterie, sind eigentlich mal neuen Materialien zu verdanken, die wir entwickelt haben in der Vergangenheit. Also nicht ich, aber meine Vorgänger. Und wir haben jetzt mittlerweile eine Situation, wo im Augenblick die wesentlichen Fortschritte durch Ingenieure erzielt worden sind, die tatsächlich in der Lage waren, Batterien neu zu denken. Da kommen wir jetzt dazu. Und ich zeige dazu mal dieses Bild hier. Das ist hier links im Wesentlichen, also so ein Schemabild. So müssen Sie sich vorstellen, wie die Batterie, wie der sogenannte Batterie-Pack oder die Großbatterie von einem Elektrofahrzeug aussieht. Da haben Sie hier lauter solche Einheiten, da sind solche kleinen Dinger drin. Das sind die Batteriezellen. Eine Batteriezelle ist also die kleinste Speichereinheit, die ist ein bisschen größer wie eine Schokoladentafel. Und von diesen Batteriezellen packen Sie 16 oder 20 in so eine Art größeren Schuhkarton. Die verbinden Sie dann elektrisch und machen das Ganze fest. Und dann stellen Sie, das ist dann ein sogenanntes Modul, und dann stellen Sie 16 oder 20 dieser Module in eine große Wanne, verbinden das alles und dann haben Sie ein sehr gut funktionierendes System, so wie es im Augenblick zurzeit aussieht. Das Problem dabei ist, Sie haben eine Unmenge von Verpackungsmaterial da drin. Und das Verpackungsmaterial speichert da keine Energie. Das Ziel muss ja immer sein, möglichst viel Speicherung zu bewerkstelligen, das heißt, möglichst viel Speichermaterial auch reinzukommen. Und durch diese Kleinteiligkeit haben Sie einen Haufen Gehäuse, Sie haben Verbindungstechnik und so weiter und so fort. Und das hat man jetzt geändert seit zwei, drei Jahren. Dadurch, dass es gelungen ist, die Zellfertigung deutlich sicherer und beherrschbarer zu machen, in der Qualität, ist es auch gelungen, so ähnlich wie bei einem Großbildschirm, ist es jetzt auch gelungen, große Zellen zu machen, die fehlerfrei sind. Und was man gemacht hat, ist, dass man so Zellen nicht mehr so groß wie eine Schokoladentafel macht, sondern dass man die über die ganze Länge oder über die Breite zieht. Mittlerweile sehen die aus wie so ein Dielenbrett. Und das ist jetzt ein Bild, Schema-Bild, ein Tesla Model 3 Batteriepack, wie er seit 2020 in Shanghai ausgeliefert wird. Und der basiert auf der sogenannten Cell-to-Pack-Technologie. Da haben Sie also nur noch vier dieser Module und sparen allein die Teile für die Fertigung, verringern sich um 40 Prozent. Das heißt, Sie haben da auch eine unglaubliche, einerseits Gewichtseinsparung, aber natürlich auch Kosteneinsparung. Und die Energiedichte erhöht sie sich, weil sie dadurch natürlich mehr Speichermaterial reinbekommen. Und das hat massive Konsequenzen. Dieser Weg bedeutet, dass wir zwei Möglichkeiten schaffen. Die eine Möglichkeit ist, wir können entweder diesen neu gewonnenen Raum dazu verwenden, das bisherige Speichermaterial in größerer Menge zuzufüllen, dann erhöht sich meine Reichweite. Oder ich verwende andere Speichermaterialien, die eigentlich ganz toll wären, weil sie sehr kostengünstig sind, langlebig, sicher, nachhaltige Zusammensetzung, die man aber bisher nicht in Betracht gezogen hat, weil das Material zu leicht, zu fluffig, zu voluminös ist. Man hat einfach nicht genügend in die Batterie reingekriegt. Und eins dieser Materialien, was zurzeit für eine Art Materialdämmerung, kann man sagen, in dem Bereich sorgt, ist das Eisenphosphat. Eisenphosphat ist natürlich ein Mineral, es ist ungiftig, das können Sie sich in Kaffee rühren, Sie können es sogar aus kommunalem Abwasser gewinnen, durch eine Phosphatfällung mit Eisensalz. Das ist ein ubiquitäres Material, enthält keine Übergangsmetalle mehr, wie Kobalt oder Nickel oder sowas. Und Tesla liefert bereits jetzt 50% seiner Flotte mit diesem Eisenphosphat aus. Das war das erste Fahrzeug, was da mit auf den Markt kam, 2020, die Firma BYD, Build Your Dreams, das ist der größte Chinese in dem Bereich. Die haben die sogenannte Blade Battery erfunden, die läuft nicht nur auf der Basis von Eisenphosphat, sondern dann können Sie auch einen Nagel reinschlagen, die brennt nicht mehr. Das ist sicher. Und da kriegen Sie dann 600 Kilometer NEFZ-Reichweite, Sie sind in 3,9 Sekunden auf 100, bezahlen 30.000 Euro. Die kommen jetzt in Deutschland auf den Markt mit einem Nachfolgemodell. Das Nachfolgemodell hat 1.000 Kilometer Reichweite, sehen wir gleich. So, ja, was sind die Konsequenzen? Die Idee ursprünglich kam von der Firma CATL, weiß nicht, ob Sie die kennen. Das ist der größte Batteriehersteller weltweit, die haben 34% des Weltmarktes, beliefern die. Und die haben jetzt gerade die Quilin-Batterie vorgestellt. Das ist sozusagen diese Cell-to-Pack-Technologie 3.0. Meines Wissens sind wir in Deutschland noch bei der Version 0.0. Ich finde, das ist eine ernste Sache. Und CATL ist so weit mittlerweile, dass sogar Tesla seine eigenen Entwicklungen zurückstellt und die Batterien zukünftig bei CATL kauft. Mit der Batterie können Sie mehr als 1.000 Kilometer Reichweite erreichen, WLTP. Und Sie können in 10 Minuten von 10 auf 80% laden. Das heißt, 700 Kilometer zuladen in 10 Minuten. In 5 Minuten haben Sie es auf Betriebstemperatur. Das heißt, Sie können dann auch im Winter schnell laden. Das ist die Zukunft. 2023 kommt CATL damit auf den Markt. BYD wird etwas Ähnliches haben. Das haben Sie auch schon angekündigt, 2023. Und dann behauptet noch die Firma NIO, sie hätten da was. Irgendeine Festkörperbatterie. Aber das müssen wir erst mal noch sehen. Okay. Also. Im letzten Punkt reden wir ein bisschen über die Forschung. Weil uns Chemiker gibt es ja auch noch. Da gibt es erst mal die Entwicklung, die die Chemiker vollführt haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das eine ist die Reduktion teurer und kritischer Rohstoffe. Kobalt ist so ein Schlagwort. Kobalt ist ja auch immer wieder kritisiert worden. Den Fachleuten war bereits Anfang der 90er Jahre klar, Kobalt ist keine besonders gute Idee für Großbatterien. Weil Kobalt ist teuer, giftig und führt in bestimmten Situationen zu Sicherheitsproblemen. Deshalb hat man versucht, den Kobalt so weit wie möglich zu verdrängen. Und das ist das, was mehr oder weniger de facto passiert ist. Wir hatten im Pluspol, der Batterie ist das Kobalt, nur im Pluspol, hatten wir zu Anfang 100% Kobaltoxid. Das finden Sie heute noch in Smartphones und Notebooks. Warum? Weil Kobalt in der Lage ist, einen sehr kompakten Bau zuzulassen. Das ist ein sehr dichtes, sehr schweres Material. Und dadurch kann man die Batterien sehr klein machen. Für Handys ist das unbedingt notwendig. Deshalb, Kobalt geht im Augenblick zu 36% in Handys und Notebooks und noch zu 7% in Autos. So, und dann hat man das ersetzt teilweise durch Mangan, das ist das M hier, und Nickel, die sogenannten NMC-Materialien 111, das heißt ein Drittel jeweils, hatten wir 33% im Jahr 2000. Dann waren es 20% Kobalt, dann 10% Kobalt. Tesla hat ein sogenanntes NCA-Material, da ist noch 2,8% Kobalt drin. Die ersten Flotten fahren jetzt rum mit diesen grünen Dingern hier. Das sind neue Materialien, NMX, LMO und dieses Lithium-Eisenphosphat. Die haben 0% Kobalt. Das heißt, das ist ein Thema, das ist eigentlich, es ist noch nicht ganz gegessen, aber der Weg dafür ist bereitet. Ja, wie gesagt, Tesla liefert bereits jetzt 50% ohne Kobalt aus und das wird auch weiter fortgehen. Auf der Annotenzeit, dem Minuspol, tut sich auch gerade sehr viel. Ursprünglich hatten wir da einfach so einen Petrolkoks. Sie müssen sich vorstellen, ein Speichermaterial, ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, aber soll ich mal kurz erklären, wie eine Lithium-Ionen-Batterie funktioniert. Also, um das zu verstehen, folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Regale, Ikea-Regal oder irgendwas. Das eine steht ein bisschen höher, da schreiben wir Minus drauf, das andere steht ein bisschen tiefer, da schreiben wir Plus drauf. Dann haben Sie eine Reihe von Fußbällen, da schreiben Sie Lithium drauf. Und wenn Sie diese Lithium-Fußbälle alle in das obere Regal einsortieren, in den Minuspol, dann nennt man die Batterie geladen. Dann rütteln Sie da ein bisschen ran, dann purzeln die raus, gehen über so einen Zwischenbereich, den nennt man Elektrolyt, der transportiert die zum anderen Regal, da gehen Sie freiwillig rein, das liegt ein bisschen tiefer energetisch, und wenn die alle da drin sind, sind sie entladen. Und gleichzeitig, weil das ja positive Ladungsträger sind, müssen Sie das kompensieren, das machen Sie über den äußeren Stromkreis. Und deshalb ist diese Lithium-Speicherung eigentlich gekoppelt mit einem Stromtransport. So funktioniert das etwa. Das heißt, wir haben also diese beiden Regale, das positive Regal, da hatten wir das Kobalt drin bisher, was jetzt am Verschwinden ist, beim negativen Regal, das stellen Sie sich vor wie ein Blätterteig, in dem Sie in die Zwischenschichten das Lithium einsortieren, da hat man Kohlenstoff genommen, Grafit im Wesentlichen. Grafit ist so eine Schichtstruktur, Sie kennen das vom Bleistift, Schichtstruktur, so wie sie hier gezeigt ist, da krabbelt das Lithium hier zwischen rein und wird dann festgehalten bei der Ladung. Seit 2000 haben wir Naturgrafit drin. Naturgrafit ist ein Mineral, das ist auch nicht so häufig, obwohl es Massen davon gibt, aber es kommt vor allem aus China, das möchte man nicht mehr. Also ersetzt man es teilweise durch synthetischen Grafit, das geht auch, das war bisher zu teuer, aber wird jetzt auch preisgünstiger. Ja, und jetzt gibt es noch etwas ganz Neues, und das ist eine Sache, wo man Kohlenstoff-Hohlkugeln macht, synthetisch, und füllt die teilweise mit Silizium. Jetzt muss man wissen, dass Silizium etwa in der Lage ist, zehnmal so viel Lithium zu speichern wie Grafit. Das heißt, in der gesamten Batterie kriegen Sie dadurch, allein, dass Sie den Minuspol ersetzen durch dieses Material, kriegen Sie nochmal einen Kapazitätssprung von 30 bis 40 Prozent. Das heißt, wenn man nächstes Jahr, das spinnen wir ein bisschen, nächstes Jahr haben wir dann vielleicht auf der Basis konventioneller Technologie, über diese Cell-to-Pack-Technologie, vielleicht 1.000 Kilometer Reichweite, vielleicht wären es auch nur 900, was auch immer, mit den zusätzlichen Annoten, die jetzt gerade bei Mercedes und bei Varta in Arbeit sind, aber auch außerhalb Deutschlands, kriegen Sie dann nochmal 30 bis 40 Prozent. Das heißt, Sie landen dann bei 13, 14, 100 Kilometern, und dann ist es auch mal gut. Also ich brauche es nicht, ich fahre auch elektrisch, habe aber auch noch einen alten Verbrenner jetzt im Sommer, einen alten Alpha-Spider, der hat 600 Kilometer Reichweite, ganz schlecht. Okay, also das tut sich bei den Chemikern, und dann habe ich vorhin noch kurz angedeutet, die Lithium-Ionen-Batterie könnte auch vielleicht dadurch noch verändert werden, indem man das Lithium, was hier zwischen den beiden Regalen hin und her wandert, durch Natrium ersetzt. Und das ist im Augenblick das nächste Megathema, was im Augenblick läuft. Wir bearbeiten das in unserem Exzellenzcluster, ich bin Sprecher von unserem sogenannten Exzellenzcluster, dem einzigen Batterie-Exzellenzcluster in Deutschland, der es geschafft hat durch diese Auswahlrunde, und das ist eines unserer Themen. Damit können wir diese ganzen roten Elemente hier, oder Material, den Rohstoffe, die entweder teuer sind oder giftig, oder als sogenannte kritische Rohstoffe gelten, die können wir durch einen anderen Satz an Rohstoffen ersetzen. Natrium bekommen Sie in unbegrenzter Menge aus dem Meerwasser, Kochsalz, Eisen, Magnesium, die schwäbische Alp besteht zur Hälfte aus Magnesium, Mangan, Braunstein, das ist das Zeug, was in Ackerbrauen färbt, Hartkohlenstoffe kriegen Sie aus Biomüll, Aluminium ist eines der häufigsten Elemente auf der Erde. Das wäre das Ziel. Da ist man auch schon ein Stückchen weit gekommen. Man ist mit dieser Natrium-Ionen-Batterie noch nicht so gut wie mit der Lithium-Ionen-Batterie, das ist jetzt hier eine mit dem Eisenphosphat, da ist man also noch ein Stückchen weg hier, volumetrisch, aber es gibt Perspektiven. Die Perspektive ist einerseits, dass die Kosten nochmal deutlich günstiger wären, auch aufgrund der Rohstoffe, und ein anderer Punkt, der hat jetzt eher mit der Eigenschaft des Natriums zu tun, Sie kennen das vielleicht bei Batterien, bei Minusgraden arbeiten die nicht mehr so gut. Also die Restkapazität von einer Autobatterie bei Minus 20 Grad ist etwa 70%. Mit einer Natrium-Batterie wären die 90%. Das heißt, das sind auch nicht mehr schlechter als Verbrenner. Dann noch ganz zum Schluss wurde ich auch noch gebeten, zu neuen Ansätzen in der Forschung was zu sagen. Wir haben in Ulm einen Tenure-Track-Professor, den Helge Stein, der von Berkeley kam, beziehungsweise Jet Propulsion Lab, und der so eine Methode mitgebracht hat, wie man die Materialforschung beschleunigen kann. Das ist eine sogenannte MAP, eine Materials Acceleration Platform. Was macht man da? Man macht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und autonomer Robotik, bereitet man einen Weg vor, wie man beschleunigt zu Ergebnissen kommen kann. Und das sieht so aus, wir haben also eine Vorstellung, was wir gerne bearbeiten möchten, welche Materialien wir untersuchen möchten, das teilen wir unserem System als Startwert mit. Dann redet das System mit Synthese-Robotern, die das Ganze herstellen, Analytik-Robotern, die das Ganze dann untersuchen, mit einer Vielzahl verschiedener Methoden. Das Ganze wird in eine Datenbank gespeist, ausgewertet, mit Hilfe maschinellem Lernens, künstlicher Intelligenz. Und dann sagt das System, naja, da habe ich jetzt eine Menge gelernt, aber mir fehlt dann noch ein Parameterfeld, das möchte ich dann gerne noch bearbeitet haben. Und dann redet das System mit sich selber. Das heißt, die Auswertung und die Algorithmen sagen dann den Synthese-Robotern, was sie als nächstes zu tun haben. Und das Ziel ist eigentlich dabei, vor allem Treffer zu generieren, also Materialien, die außergewöhnliche Eigenschaften zeigen. Wir haben dann noch nicht verstanden, warum die so sind, deshalb braucht man auch nach wie vor uns Wissenschaftler, aber sie haben dadurch die Perspektive, deutlich mehr Proben in deutlich kürzerer Zeit zu erzielen, weil das System arbeitet rund um die Uhr. Und dazu ist ein ganzer Park an Methoden und Abstimmung erforderlich. Das ist auch eine Sache, die machen wir nicht alleine. Wir machen das zusammen in einem europäischen Verbund. Wir sind hier nur so ein bisschen an zentraler Stelle, wie eine Spinne im Netz oder sowas. Bei uns geht die Koordination aus nach Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Norwegen und andere Gruppen in Deutschland, die tatsächlich von Ulm aus orchestriert werden. Und die arbeiten alle zusammen über diesen sogenannten Helao-Algorithmus, der da erarbeitet wurde. Das ist so ein Blick ins Labor, das ist Helge Stein, das ist ein Mitarbeiter, da sind alle zufrieden. Und so sieht das in Realitas aus. Das ist also hier so eine Straße an sogenannten Handschuhboxen mit Synthesebereichen, Elektrochemie-Testzellen, sogenannte Scanning Droplet-Zellen, als spektroskopische Methoden, oberflächensensitive Methoden. Und das ist hier nochmal der Ablauf, der hier beschritten wird. Wir sind jetzt mittendrin, es ist schon gelungen, die ersten Erfolge zu erzielen. Und wir sind sehr optimistisch, dass uns das noch einiges bescheren wird. Ich komme jetzt zum Schluss, ich habe eh schon überzogen. Batteriefahrzeuge weisen die geringsten Treibhausgasemissionen, die beste Energieeffizienz und die geringsten Kosten auf. Im Augenblick, wir haben generell zu beobachten einen Trend zur Abkehr von kritischen Rohstoffen und eine Verringerung der Fertigungskosten, da war jetzt keine Zeit für. Das heißt also billigere, häufigere vorkommende Materialien, geringerer Energieaufwand bei der Fertigung. Wir haben in Deutschland im Augenblick elf sogenannte Gigafactories in Planung und in Aufbau. Das gibt uns Hoffnung, das ist mehr als in jedem anderen Land dieser Welt. Und wo sind die angesiedelt? Alle an Standorten, die jetzt nicht von Kernkraft bedient werden, sondern von erneuerbarer Energie. Deshalb gibt es keinen Standort in Baden-Württemberg oder in Bayern, sondern die gehen alle nach Norden. Da bläst der Wind. Chemie, wir haben 10 bis 20 Prozent Kapazitätssteigerung noch zu erwarten bei den Kathoden, habe ich jetzt nichts gesagt, aber wichtiger ist es im Augenblick Kapazitätssteigerung durch die neuen Anoden. Und wir haben also die Perspektive, jetzt Batterien zu bauen, die frei sind von kritischen Rohstoffen. Und durch diese neuen optimierten Pack-Designs kriegen wir nochmal deutlich verbesserte Eigenschaften, schnellere Beladbarkeit, bessere Kühlung, höhere Reichweite. Und das Schöne ist, es läuft alles zusammen. Oft ist es ja so, man dreht irgendwo an einem Parameter, der wird dann besser und drei andere werden schlechter. Das ist hier glücklicherweise anders. Also die Perspektive ist, für nächstes Jahr 1000 Kilometer WLTP und 700 Kilometer Zuladung in 10 Minuten, dann brauchen Sie nur noch die richtige Ladesäule. Und damit möchte ich enden. Das ist ein Blick auf unser Institut. Hier sehen Sie ein paar Organisationen, in denen ich die Betreuung mehr oder weniger innehabe. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus